Pietro Lombardi, fiese Abrechnung mit Ex-Frau Sarah Lombardi Autsch, das hat gesessen. Pietro Lombardi schießt nun öffentlich gegen seine Ex-Sara Lombardi. Oje, eigentlich schien es so, als ob Pietro Lombardi und Sarah Lombardi ihre Differenzen hinter sich lassen konnte. Über die jüngste Aussage von Pietro, wird sich Sarah jedoch gar nicht freuen. Pietro und Sarah durchlebten schwierige Zeiten. Nachdem im Oktober 2016 die Affäre von Sarah Lombardi und ihrer jungen Liebe Michael T. ans Licht kam, überschlugen sich die Negativ-Schlagzeilen über Sarah und Pietro. Nicht nur ihre Liebe lag in Trümmern. Die beiden lieferten sich auch einen erstklassigen Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Doch im Verlauf der letzten Monate wirkte es so, als ob die beiden die Kurve wiedergekriegt hätten, bis jetzt. Mit seinem jüngsten Statement könnte Pietro nämlich nun wieder alte Wunde aufreißen. Die Familie von Pietro mochte Sarah nicht. Meine Eltern und Sarah waren jetzt nicht so die besten Freunde. Da hatte es nicht so gefunkt. Das hört sich jetzt böse an. Aber meine Mutter und mein Vater haben immer gesagt, pass auf bei der Frau. Erklärt Pietro jetzt in dem YouTube-Format Last und Reden? Mädels, definitiv harte Worte, die an Sarah sicherlich nicht spurlos vorübergehen. Was die Beauty über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt.